Die meisten Leute glauben, wenn man reich, wird man durch nichts tun oder möglichst wenig tun. Man kann mit 40 Stunden Jobs und chillen und allen möglichen reich werden. Wenn du glaubst, du kannst mit wenig Arbeit und Faulheit reich werden, das ist so gut wie unmöglich. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Arste Punk Show, diesmal zum Thema, wieso Sparpläne nicht reich machen. Hallo Gerald, du hast einmal im Zusammenhang mit ETF-Sparplänen, glaube ich, gesagt, dass langsam reich werden nicht funktioniert. Wie hast du das genau gemeint? Danke und beste Grüße aus Hamburg, Timo. Timo, danke für deine Frage. Die Frage bezieht sich darauf, wieso Sparpläne am Ende nicht reich machen oder zumindest wieso ich das behaupte. Und es ist durchaus so, dass ETF-Sparpläne durchaus eine solide Vermögensanlage sein können, aber sie dauern einfach zu lange, dass du reich wirst. Und viele andere Ansparpläne, beispielsweise in irgendwelche Lebensversicherungen und ähnliches, die machen definitiv nicht reich. Da verdienst du überhaupt kein Geld. Da kann es sogar sein, dass du in vielen Fällen Geld einzahlst und gleichzeitig auch nicht einmal den Vorteil der Liquidität hast. Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn du jetzt in irgendwelchen Bausparverträgen und ähnliches einzahlst, bei dem niedrigen Zinsumfeld und ähnliches sind das meistens, wenn du alle Gebühren noch einrechnest, oftmals Nullsummen oder sogar Verlustgeschäfte. Ich würde immer sagen, das ist maximal Geld wechseln. Reich wirst du damit auf keinen Fall. In manchen Fällen wirst du aber dadurch sogar vielleicht wirklich arm. Aber gehen wir jetzt nochmal zum Thema ETF-Sparpläne. Wieso ETF-Sparpläne nicht reich machen. Sie sind eine solide Vermögensanlage, wenn du schon Geld hast und sagst, ich will jetzt mein Geld in verschiedene Vermögensklassen diversifizieren. Das heißt, ich will sagen, ich habe beispielsweise Immobilien, ich habe Aktien oder ETFs, ich habe vielleicht direkte Firmenbeteiligungen, ich habe digitale Assets, ich habe Gold, ich habe Bitcoin, ich habe vielleicht Kunst und alles Mögliche. Da gehören solche Dinge schon dazu. Und wenn du sagst, ich habe schon einen entsprechenden Vermögensstock oder eine Vermögensbasis, dann wirst du ja jetzt nicht durch das Investieren allein reich, sondern das Investieren vermehrt dein Vermögen, erhält dein Vermögen, aber dann hast du, bist du schon reich oder Vermögen, dann hast du schon was. Aber es ist nicht ein Tool, ETF-Ansparpläne, dass du reich damit wirst. Dann rechne ich ungefähr mal aus. Langfristig kannst du ungefähr mit ETF-Sparplänen ungefähr 8-9% Rendite erwirtschaften, wenn du relativ gut bist. Und selbst mit Zinseszinseffekt und allem Möglichen bist du wohlgemerkt noch teilweise vor Gebühren bei 8-9.000 Euro im Jahr. Das ist jetzt nicht schlecht, aber reich macht dich das nicht. Selbst da musst du schon einen sehr langen Atem haben oder ein biblisches Alter erreichen, dass du wirklich sagst, von Reichtum zu sprechen. Und hier vielleicht noch ein Kaviat. Viele Leute glauben auch, wenn sie jetzt mit kleinen Summen beginnen, dass sich das Ganze rechnet. Und bei kleinen Summen hast du zwei Themen. Nummer 1, wenn du sagst, ich investiere jetzt 1.000 Euro im Jahr, oder was viele sagen, oder 2.000 Euro im Jahr, da sind die 9% wohlgemerkt gerade mal 90 Euro. Und gleichzeitig hast du noch das Problem, dass bei den meisten Ansparplänen es sogenannte Minimum-Späßen gibt. Die hören sich am Anfang nicht viel an, nämlich 5 oder 10 Euro, aber beispielsweise selbst von 1.000 Euro im Monat sind 10 Euro 1%. Und viel darunter geht es nicht. Selbst bei Discount-Brokern hast du meistens diese Gebühren. Das heißt, in Wirklichkeit sind eben auch Ansparpläne mit so kleinen Beträgen eigentlich vollkommen widersinnig. Die machen eher die Bank reich und den Broker und auf keinen Fall dich. Das heißt, in Wirklichkeit zahlen sich die meisten Dinge allein aufgrund der Minimum-Späßen aus. Erst wenn du beispielsweise im Monat 1.000 Euro ansparen kannst oder 1.500 Euro, dann kannst du auch eine gewisse Steuerung machen. Aber ansonsten, nehmen wir es mal, fress nicht alleine Gebühren auf und du wirst nicht nur nicht reich, sondern du wirst arm davon. Dasselbe gilt übrigens für viele andere Investments noch vielleicht in größerem Ausmaß. Und jetzt einmal die Frage, was macht mich reich, wie baue ich jetzt das Vermögen auf? Weil viele sagen, okay, ich möchte kein Investor werden, ich möchte kein Immobilieninvestor werden, ich möchte kein Aktieninvestor werden, ich möchte keine Beteiligung investieren, all das. Aber dann frage ich ja, ja, wie viel Geld hast du denn? Und dann sagen, na, ich habe kein Geld. Dann sagen, ja, aber Investor impliziert, dass du Geld hast. Investor bedeutet, du investierst dein Vermögen, um es zu vermehren. Und das können langfristige Immobiliengeschäfte sein, das können Aktien- oder ETF-Ansparpläne sein, das können, wie gesagt, auch Bitcoin-Trading-Strategien und ähnliche sein. Da gibt es mehrere Möglichkeiten dafür. Aber es geht immer darum, du hast schon was und willst das solide und langfristig vermehren. Am Anfang, wenn du, sagen wir so, erst beginnst, dein Vermögen aufzubauen, musst du eine operative Tätigkeit verrichten, mit der du entsprechend Geld verdienst. Das ist mal der Beginn. Und operative Tätigkeit kann entweder sein, dass du ein Unternehmen aufbaust, dass du selbstständig bist, dass du als Angestellter sehr gut verdienst und entsprechend viel arbeitest, oder auch, dass du bei Immobilien eine operative Tätigkeit ausübst, wie beispielsweise Immobilien kaufen, sanieren und verkaufen, sogenanntes Fix und Flip, Immobilien entwickeln, Immobilien-Makler-Tätigkeiten oder ähnliches. Aber das ist grundsätzlich verschieden von einer Vermögensanlage. Weil eine Vermögensanlage heißt, ich habe Geld, ich wähle dann entsprechende Vermögenswerte aus und entweder ich verwalte sie selbst oder ich gebe es jemandem zur Verwaltung, der dann sicherstellt, oder beides, dass sich diese Vermögenswerte langsam und stetig vermehren. Und das mit überschaubarem, moderatem Risiko. Mit null Risiko geht es so und so nicht, aber wenn du es geschickt machst und ein gutes Händchen dabei hast und gut einkaufst, kannst du sicherlich die Dinge vermehren. Aber am Anfang, wenn du überhaupt zu Geld kommen willst, geht das nur über eine operative Arbeit. Und es geht natürlich immer deutlich schneller, wenn du das Ganze unternehmerisch machst. Nummer eins, weil du als Unternehmer in einer Körperschaft, für den Fall, dass du das Geld nicht entnimmst, das heißt nicht für privaten Konsum entnimmst, natürlich deutlich schneller wächst, wenn du nur 25% oder 30% Gewinnsteuer zahlst. In Österreich 25, in Deutschland, je nachdem wo du deine Firma hast und wo die Gewerbesteuerhebesatz ist, ungefähr 30%, als wenn du 50% Einkommensteuer zahlst. Das ist ganz klar. Und dann kannst du mal auf diese Art und Weise Vermögen aufbauen. Und insbesondere, wenn du natürlich dann zum Beispiel ein Unternehmen aufbaust und das verkaufst, ist das in Deutschland besonders steuergünstig, wenn man heute eine Holding darüber hat, eine Beteiligung darunter mit mehr als 10%, kann man diese Beteiligung fast steuerfrei verkaufen unter gewissen Auflagen. Das heißt, auf diese Art und Weise baust du dir mal deine Basis auf, dass du dann Investor wirst. Und auch mit Immobilieninvestments, wenn du sie sagst, du hältst sie langfristig im Bestand, der langfristige größere Vermögenszuwachs ist zweifelsohne auch bei Immobilien in der Bestandshaltung und nicht im Fix und Flip. Wenn du heute kaufst, sanierst, verkaufst, beispielsweise zahlst du erstens einmal die Kaufnebenkosten jedes Mal und du zahlst beim Verkaufssteuer. Aber du hast halt sehr schnell das Geld. Während du, wenn du jetzt die Immobilien 10, 15 Jahre hältst, hast du halt nur den langsamen Weg, dass du jedes Jahr die Mieten erhöhst, die Miete den Kredit bezahlt und vielleicht die Immobilie langfristig mehr wert wird und auf diese Art und Weise dein Vermögen aufbaust. Und bei Immobilien hast du eben noch den Vorteil des sogenannten Leverage-Effekts und der geringen Steuerbelastung, dass du auf diese Art und Weise einen Ertrag auf dein eingesetztes Eigenkapital von deutlich über 10% haben kannst, wenn du annimmst, dass es nicht zu große Probleme Immobilien sind, wenn du annimmst, dass die Mieten moderat mit der Inflation steigen und dass dann auch die Kaufpreise langfristig zumindest mit der Inflation oder mit den Mietsteigerungen Schritt halten. Und das ist schon ein Punkt, dass Immobilien langfristig auf diese Art und Weise etwas schneller reich machen als ETF-Ansparpläne, weil im Durchschnitt sind wie gesagt die Ertragserwartungen bei Aktien oder ETF-Investments in der Regel etwas unter 10%, während sie der Ertrag aufs eingesetzte Eigenkapital bei Immobilien, wenn man sich in diesem Geschäft auskennt und nicht in überteuerten Märkten kauft, noch deutlich über 10% ist. Das heißt, dort geht es schneller, aber richtig reich wirst du nur noch eine operative Tätigkeit, wo du wirklich in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld ansammelst. Und das geht weder, wenn du das Geld nicht dafür hast mit Wohnimmobilien und das geht schon gar nicht mit ETFs und wenn du ETFs mit zu geringen Summen ansparst oder gar irgendwelche Lebensversicherungen oder Bausparverträge oder ähnliches hast, dann wirst du davon schlicht und einfach arm. Schon mal in nominellen Terms, weil ja teilweise die Gebühren höher sind und die Kosten als das, was du rauskriegst und wenn du auch die Inflation einberechnest, sogar deutlich schneller, da wirst du richtig schnell arm. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil, dass Immobilien, wenn wir es mal doch etwas inflationsgeschützt sind, manche ETF-Ansparpläne auch, manche weniger, hängt von der Branche ab, aber reich, wie gesagt, wirst du durch operative Arbeit und dann die Vermögensanlage vermehrt dann nochmal dein Vermögen und kann dir dann entsprechend ein zusätzliches passives Einkommen oder einen zusätzlichen Vermögensstock schaffen. Und vielleicht noch ein letztes Wort dazu. Die meisten Leute glauben, wenn man reich wird man durch nichts tun oder möglichst wenig tun. Man kann mit 40 Stunden Jobs und chillen und allen möglichen reich werden. Wenn du glaubst, du kannst mit wenig Arbeit und Faulheit reich werden, das ist so gut wie unmöglich. Am Anfang deiner Karriere musst du einerseits hart arbeiten und sparsam leben und idealerweise auf selbstständiger oder unternehmerischer Basis das machen. Das gibt den schnellsten Drive, überhaupt mal zum Vermögen zu kommen. Wenn du glaubst, ich kann einfach nur mit 40 oder 30 Stunden schaffen, vergiss es. Ich kenne sehr viele Leute, die sehr talentiert sind, aber faul sind. Die werden selten reich. Ich kenne Leute, die weniger talentiert sind und fleißig sind. Die sind meistens im Vermögensbereich erfolgreicher und gleichzeitig darfst du dich auch das ganze Geld nicht beim Fenster rausschmeißen, weil dann ist der ganze Effekt vorbei. Und nachher, wenn mal eine gewisse Basis da ist, dann beginnt erstmal das Rad des Vermögensaufbaus sich richtig zu drehen. Und dass es hier vielleicht bei Immobilien etwas schneller geht als bei Aktien oder ETFs ist auch klar. Aber auch bei Immobilien langfristig gehalten dauert auch seine Zeit. Danke fürs Zusehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlasse bitte einen Like. Und hier geht's gleich zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.